Eine Regierung ohne Weisheit ist wie ein Pfeil ohne Bogen. Salomo herrschte über das ganze Gebiet, dieseits des Euphrat, von Tifsach bis Gaza, und über alle Könige, die dort regierten. Mit allen Völkern ringsum hatte er Frieden. Das Volk hatte zu essen und zu trinken und war glücklich. Gott sprach in der Nacht im Traum zu Salomo. Was willst du haben? Bitte, und ich werde es dir geben. Gib deinem Diener Weisheit und Herz, damit ich dein Volk gut regiere und dass ich zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Und weil Salomo nicht um Reichtum und langes Leben bat, belohnte Gott seine Bescheidenheit mit einer nie dagewesenen Weisheit. Warum bekam das Volk Ehrfurcht vor dem König? Es sah, dass Gott dem König Weisheit geschenkt hat. Sicherheit und Gerechtigkeit waren die Folge von Salomos' Weisheit und brachten dem Land Frieden. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! vilweit Gerechtigkeit Böse get zach. HS vemos.